hallo und herzlich willkommen bei featherwind flutes heute hier von brian zur see in der schweiz mein name ist corinne und ich möchte euch gerne heute die neuen bass a flöten vorstellen die besonderheit dieser flöten ist dass wir darauf geachtet haben die löcher nicht zu groß zu machen und die abstände zwischen den einzelnen finger eher gering zu halten so dass sie einfach zu spielen ist was auch das tolle an dieser flöte gerade hier ist dass sie sehr sehr leicht ist gerade die bass flöten sind oft sehr sehr schwer weil sie natürlich an grösse ja eine gewisse grösse haben dieses exemplar hier ist aus redwood cedar und möchte ich euch ein paar klänge von ihr entlocken ich spiele zuerst einfach mal die tonleiter rauf und runter damit ihr die einzelnen töne hört und danach eine kleine improvisation so 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 so